Mein Leute, willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft Survival Games auf Rewindzeit.TV Aber vorher gibt es ein Special von Rewindzeit, nämlich die Ostereiersuche, denn hier sind überall auf dem Weg Ostereier versteckt, ich glaube bis zu 1000 Stück. Also die Sachen, dann geht mal hier rauf und ich habe schon mal drei Eier gesucht und alles und jetzt bin ich hier falsch lang gelaufen glaube ich. Ja und ich suche dann mal weiter und dann sehen wir uns wahrscheinlich in einer Runde oder zum Schluss wo ich glaube ich Sachen draus bekommen oder so. Jetzt gerade ganz kurz geruggelt und ja, dann bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.